Oh, so'n hungriges Kerlchen. Okay, Freunde. Was? Wo stehen wir? Oh nein. Oh, so'n hungriges Kerlchen. Signor John, Lasagne zum Mitnehmen. Ihre Lasagne ist fertig, Signor John. Eine Lasagne La Familia zum Mitnehmen. Und ab zum Tierarzt. Wir brauchen die große Waage. Muss sie das von der ganzen Praxis rausplärren? Nein, bitte nein. Au, ist echt heiß. Au, tut echt weh. Au, au, au. Und deshalb sollte nach Sonntag Dienstag kommen. Okay, mir nach, Junior. Nein, nein, nein. Das Privileg, mir zu sagen, was ich tun soll, hast du schon vor langer Zeit verloren. Hallo, Wick. Oh, verfliegt! Erwischt! Oh, ihr hättet eure Gesichter sehen sollen. Hallo, Jungs, zeigt einmal. Hallo, Wick. Verfliegt! Postet das sofort! Ich hab' ich schon ewig... Ich hab' ich schon ewig... Na, sowas. Aber nichts für ungut, oder? Oh, das seh' ich aber nicht so. Ich bin eine Knudlerin! Ich liebe ihre Energie. Oha! Schredder-Vorgang eingeleitet. Oh! Oh! Oh, oh, oh! Ah! Oh! Danke, Kumpel! Komm, nicht hoch! Zu viel Käse gefressen! Oh! Runterspringen! Ja! Gute Idee! Hey, Moment mal, wo fahre ich denn hin? Fondue! Oh nein! Warte hier, Junior, ich bin gleich zurück. Hast du Hunger, kleines Kerlchen? Eine Lasagne, La Familia, zum Mitnehmen. Ich werde dich Garfield nennen. Let's get it! Guten Morgen. Wir brauchen die große Wage. Muss sie das vor der ganzen Praxis rausplärren? Sag stopp. Niemals, John. Überhäuft mich mit Käse. Das Leben hier ist fast perfekt. Ich konnte ja nicht ahnen, wie schnell sich das ändert. Odi, ich träum schon wieder. Hau mir eine runter. Es muss sich hier um eine Verwechslung handeln. Ihr sucht bestimmt eine andere bezaubernde süße Bietzekatze. Komm mit, Junior. Das ist Vic, mein Vater. Willkommen zurück, Victor. Ich brauche deine Hilfe. Schnapp sie! Jahrelang sehe ich dich nicht und jetzt haufst du auf und bist auf der Flucht vor einer irren Katze. Wir müssen dich abhärten. Ich weiß, was hart ist. Weg. Warst du mal bei einem Italiener, dem die Knabberstangen ausgegangen sind? Folgt meinem Beispiel. Junior! Oh, Cheddar. Gehört zu meinen 26 Lieblingskäsesorten. Meine orange getigerte Katze und mein Hund sind weg. Ihr Anliegen ist uns sehr wichtig. Vor ihnen sind noch 1046. Leute in der Warteschleife. Lasst sie fallen! Wir müssen meinen Papi retten. Wow, das ist cool. Du glaubst, du kannst es mit den Verbrechern allein aufnehmen? Wenn ich nicht zurückkomme, erzähl meine Geschichte. Ein bisschen möchte ich ihm helfen. Na, sonst lernt er nix. Nein, bitte, nein. Au, ist echt heiß. Au, tut echt weh. Au, au, au. Du hast nichts gesehen. Musik Oh, oh, hallo, mein Kleiner. Hast du Hunger, kleines Kerlchen? Noch ein kleines bisschen mehr? Krass. Und so habe ich John adoptiert. Ja. Sag Stopp. Niemals John. Überhäuf mich mit Käse. Oh, ich entschuldige mich im Voraus. Das Essverhalten, das ihr gleich sehen werdet, ist nicht hübsch. Und wenn ihr kleine Kinder habt, wäre es ein guter Moment, sie rauszuschicken. Hey, Kleiner. Das ist Vic, mein Vater. Schon mal auf den Zug gesprungen? Ich bin überhaupt noch nie gesprungen. Unsere Station. Echt? Wo? Oh, Odie. Eigentlich hätte er das Kommen sehen müssen. Let's go. Ich bin überhaupt noch nie gesprungen. Ich bin überhaupt noch nie gesprungen.